Hallo meine Lieben, ich bin wieder hier. Zwei Wochen sind echt schnell vergangen. Ich war ja im Urlaub in den USA und jetzt bin ich wieder hier in alter Frusche und freue mich auch wieder Berliner Boden unter den Füßen zu haben, obwohl der Urlaub unfassbar toll war. Ich war unter anderem in New York unterwegs und jetzt werden alle wahrscheinlich denken, Mensch da war sie doch bestimmt fett shoppen und wird uns jetzt ihre neuen tollen Sachen zeigen. Nein war ich nicht und ich war auch ganz bewusst nicht einkaufen und zwar, vielleicht erinnert ihr euch noch an mein letztes Video, dort habe ich ja meinen Koffer gepackt und meine ganzen Klamotten mal durchgezählt. Einerseits die, die ich im Koffer hatte, andererseits aber auch die, die noch in meinem Schrank lagen und bin sage und schreibe auf, ich weiß es schon gar nicht mehr, 250, 280 Teile oder so gekommen ohne Schuhe etc. und das hat mich schon ganz schön nachdenklich gemacht und ja so ein bisschen erschrocken. Und da habe ich mir dann ein paar Gedanken zugemacht und dachte mir, ja wenn ich jetzt noch mal shoppen gehe, egal ob jetzt nachhaltige Mode oder nicht, im Grunde habe ich dann noch mal in meinem Kleiderschrank und was ist nachhaltiger als wenn man mal ein bisschen mehr auf seinen Konsum achtet und schaut, ob man so viele Sachen wie man im Kleiderschrank hat überhaupt benötigt oder ob das nicht alles langsam ein bisschen unverhältnismäßig ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich finde bei mir ist das schon lange unverhältnismäßig und ich werde natürlich meiner Leidenschaft trotzdem noch weiter frönen, ja, so versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich wollte mal ein paar Alternativen dazu, ja, mir ausdenken bzw. mal schauen, was man so machen kann und da habe ich mal im Internet nachgeschaut und habe verschiedene Online-Plattformen gefunden, wo Mädels ihre Sachen zum Tauschen anbieten oder auch zum Verkauf. Und ich fand das Tauschmodell ja besonders toll, gerade für mich, weil ich ja meinen Kleiderschrank ein bisschen leeren möchte bzw. wenigstens nicht noch mehr hinzukommen soll. Und bevor ich die Sachen wegschmeiße, ist es natürlich eine super Möglichkeit, die zu tauschen gegen etwas, was ich auch schön finde, was aber nicht neu ist. Und da gibt es ganz unterschiedliche Plattformen im Internet, wo man seine Sachen tauschen kann. Die bekannteste ist Kleiderkreisel.de. Viele von euch kennen das wahrscheinlich schon. Ich kannte das auch, aber ich bin halt nie auf die Idee gekommen, das für mich zu nutzen. Aber diese Tauschvariante ist einfach super, weil man seinen Kleiderschrank nicht unnötig noch mehr füllt, sondern Sachen, die man im Schrank hängen hat und die einem vielleicht nicht passen oder die man schon so oft anhatte oder die einem aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr gefallen. Die muss man nicht gleich wegschmeißen, sondern die Sachen sind ja trotzdem noch was wert und viele andere freuen sich drüber. Also kann man die gegen etwas tauschen, was man selber toll findet und sich so gegenseitig helfen und seinen Kleiderschrank ganz neu bestücken und neue Sachen haben, die aber nicht neu sind. Genau, das habe ich gemacht. Und unter anderem habe ich eine tolle Bermuda-Shorts mir ertauscht und die habe ich auch schon an. Die zeige ich euch jetzt mal. Bei diesem Modell, ich hoffe, das kann man ganz gut erkennen, die ist ein bisschen zerknittert. Da hat er schon auf mein Hauptchen nochmal bügeln. Bei diesem Modell ist besonders schön, dass es auch vintage ist. Also das ist wirklich aus den 70ern oder was. Das ist von der Firma Ingrid, das ist keine Ahnung, noch nie gehört. Aber es soll von ihrer Mutter sein, hat das Mädel geschrieben, mit der ich getauscht habe. Und ja, die Hose passt perfekt. Also die sitzt sehr weit oben, die sitzt so auf der Taille. Soll ja auch so sein. Ich finde es zu so einem lockeren Tanktop besonders schön. Mit einer Kette, bumm, fertig aus ist das ist das Outfit. Eigentlich noch, eigentlich fehlt noch so ein drauner Gürtel, den muss ich mir noch besorgen. Vielleicht finde ich ja sowas bei Kleiderkreisel auch. Ansonsten macht die Hose echt super schlank und ist total bequem. Und ja, gerade jetzt für den Sommer ist die natürlich super. Also die geht so ein bisschen bis übers Knie. Übers Knie? Ne, also die hört vor dem Knie auf. Und genau, also die finde ich ganz, ganz toll, war ich sehr begeistert. Ich habe die gegen einen Rock getauscht, den ich mir mal gekauft habe vor einiger Zeit. Einen roten Mini-Rock und den hatte ich so selten an, dass ich dachte, na gut, dann kann man den auch mal tauschen und das Mädel ist auch ganz glücklich mit dem Rock. Und ja, wir hatten echt sehr netten E-Mail-Verkehr und es war total witzig, hat echt Spaß gemacht und man lernt auch mal nette Leute kennen. Und genau, also ich bin erwartet, habe begeistert, als ich die Hose gefunden habe. Außerdem habe ich mir noch diese Schnürboots hier ertauscht, auch bei Kleiderkreisel. Und wie man sieht, sind die schon ein bisschen abgenutzt, aber das finde ich bei Lederstiefeln eigentlich immer ganz charmant. Und ich kann es kaum erwarten, dass es endlich Herbst wird und ich diese tollen Boots anziehen kann. Die habe ich auch getauscht gegen ähnliche Stiefel, allerdings in hellbraun und das war so ein braun, was ich nicht so gerne mochte und die habe ich selten getragen. Deswegen war das super, gegen diese, ähm, diese superschönen Teile zu ertauschen oder zu tauschen. Und zu guter Letzt für die Party Night habe ich mir noch folgendes kleines Teilchen geholt, auch bei Kleiderkreisel, aber den habe ich gekauft. Ähm, genau, ist halt so ein Paillettenröckchen. Und das Besondere an diesem Rock ist, dass, ähm, die mir den verkauft hat, für sage und schreibe 4 Euro, ähm, hat den selber genäht und das fand ich super und deswegen habe ich dir den abgekauft. Den will ich euch jetzt natürlich auch noch präsentieren und ihn anprobieren. Ähm, während ich mich umziehe, habe ich etwas ganz Besonderes für euch, nämlich, ähm, ein anderes Video und zwar war ich unterwegs in einem Veränderungsatelier. Man muss nämlich seine Sachen nicht nur tauschen, wenn einem sie nicht mehr gefallen, sondern man kann sie auch, äh, umgestalten lassen. Upcyceln nennt man das heutzutage. Und da gibt es einen, äh, ganz süßen Laden in Berlin-Mitte, der nennt sich Bis es mir vom Leib fällt. Und, ähm, da kann man seine Sachen einfach hinbringen und sie upcyceln lassen, äh, nach den eigenen Wünschen. Und das wollte ich mir mal genauer anschauen. Und, ähm, genau, schaut euch das Video einfach mal an. Hallo. 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 Du bist die Jude? Ja, hallo. Ich bin mal telefoniert. Ja, hallo. Ähm, ja, schönes Atelier habt ihr hier. Dankeschön. Erzähl doch mal, was macht ihr hier genau? Was kann man hier machen lassen? Also wir verändern, ähm, Kleidungsstücke, wir upcyceln die, wir, ähm, vereinzigartigen die, gestalten die, die oben reparieren, die wir machen, alles perderstieg ab. Upcyceln ist ein gutes Stichwort. Was genau bedeutet das denn? Also upcyceln, ähm, wird hergeleitet von dem Recycling. Recycling ist wahrscheinlich allen bekannt, also es werden Sachen wiederverwertet. Upcyceln, in diesem Moment ist es, ähm, eben ein bisschen abgewandelt, weil es abgecycelt wird. Das heißt, es wird, es wird besser gemacht, es wird schöner gemacht, es wird einfach, ähm, hochgeschneidert, so wie wir das hier nennen würden. Also aus einem alten Kleiderstück, Kleidungsstück kann ich ein neues herstellen lassen? Mhm, genau. Kannst du mir ein Beispiel mal zeigen? Also hier zum Beispiel, ähm, da hinten haben wir ein Kleid, ähm, das aus einer Hose gemacht wurde. Da haben wir die Hose so weit aufgetrennt, dass wir das eben, ähm, mit den Schnittteilen so machen konnten, haben aber versucht, auch die alten, ähm, Teile noch zu, ähm, sichtbar zu lassen, wie zum Beispiel eben hier der Bund. Ja. Und hinten eben auch der Bund und die zwei Taschen. Das ist ja total spannend. Und woher habt ihr die Sachen, also die Hose beispielsweise? Also teilweise werden die uns gespendet. Und, ähm, teilweise eben, wie gesagt, bringen das auch Kunden mit, also, ähm... Also es sind wirklich sekundairen Klamotten? Ja, auf jeden Fall. Also wir kaufen nichts neu, ähm, um, um das zu verändern. Das sind alles alte Sachen. Okay, verstehe. Und wie viel kostet das jetzt? Also das hier, weil es ja eben schon ein bisschen aufwendiger ist, kostet 280. Hm. Also beispielsweise, ich mache ja jetzt, ähm, mein Blog ist jetzt eher für Leute, die nicht so viel Geld an, ne? Für junge Mädels oder so. Ich meine, 290 Euro ist natürlich schon ganz schön viel Geld. Mhm. Ähm, was sagt ihr so jungen, jungen Verbrauchern oder jungen Konsumenten? Wie kann man sie dazu bringen, jetzt so ein Kleidungsstück beispielsweise zu kaufen? Oder? Also sie können, ähm, wir haben eigentlich für jede Geldbörse was hier. Mhm. Man kann ja eben, ähm, die eigenen Stücke vorbeibringen und wir machen dann was mit denen oder wir reparieren die oder wir gestalten die um. Ähm, wir haben auch günstige Reparaturen, ähm, es kann auch was von 20 Euro gemacht werden. Also da sind wir ganz flexibel. Und die Preise sind halt bei uns vor allem eben, ähm, die richten sich nach Materialaufwand und vor allem die Arbeitszeit. Also wir sitzen sehr lange an Kleidungsstücken dran und, ähm, wir werden auch natürlich auch mit Liebe gemacht und, ähm, das ist das, was den Preis eigentlich teurer macht. Kannst du mir denn, ähm, mal so zeigen, wie das funktioniert? Also kann man vielleicht auch etwas zu Hause selber machen oder so? Ähm, auf jeden Fall kann man das machen. Wir zum Beispiel haben unser Filz-Set. Mhm. Ähm, weil es manchmal so ist, dass in Ballpullis Löcher drin sind oder dass die Motten da ein bisschen gefräßig waren und dann würde man die ja wegschmeißen. Ich jedenfalls. Genau, genau und deshalb möchten wir das eben verhindern und da kann man dann selbst eben kreativ das verändern, indem man das befilzt. Wir haben deshalb eben hier auch so ein Filz-Set zusammengestellt, Kiste Moth heißt es. Mhm. Und da haben wir verschiedene Farben, also erstmal eine Anleitung dabei, wo draufsteht, wie das funktioniert. Das ist, ähm, das Nadel-, also Trockenfilz-Verfahren. Okay. Okay. Dann haben wir hier verschiedene, ähm, Vorfilz-Farben schon mit, ähm, reingelegt, damit man da auch gleich loslegen kann. Um euch das ein bisschen besser zeigen zu können, haben wir hier eine Tasche, die ist aus einem Pulli gemacht. Mhm. Und da haben wir drauf gefilzt. Also so kann eben, ähm, es muss nicht immer das klischeehafte Blümchenfilzen sein. Man kann auch eben selbst kreativ sein. Hier haben wir eben gezopfte Muster drauf gefilzt, um das zu reparieren. Und sag mal, also das hier war ein Pulli, dieses gestreifte. Genau. Mhm. Und das hier? Das ist Futter. Also das war ein alter Stoff, den wir verwendet haben, um die Tasche hier zu füttern. Also nochmal, um das zu zeigen. Und die Henkel sind das Fürtel. Genau. Also wir versuchen eben auch, ähm, das Bewusstsein eben wieder zurückzubringen, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil einfach immer so viel weggeschmissen wird und, ähm, das muss nicht sein. Und, äh, es wird einfach viel zu viel konsumiert und viel zu viel gekauft und die Sachen verlieren an Wert. Und es ist einfach, ja, einfach Masse. Und, ähm, die besonderen Teile können ruhig auch noch mit zweiter Chance kriegen. Ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Laden. Dankeschön. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Äh, ich hoffe, das Video gerade hat euch gefallen und ihr konntet euch ein wenig inspirieren lassen. Vielleicht lasst ihr jetzt auch mal das ein oder andere Teil upcyclen. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich mich wie versprochen umgezogen und habe mich in Schale geschmissen für die nächste Partynacht. Ich habe den, ähm, Paillettenrock mal anprobiert. Das ist wirklich eine Premiere. Ich hatte ihn noch nie vorher an. Und er passt super, Gott sei Dank. Enger dürfte er auch nicht sein. Aber, ähm, ich finde ihn echt toll und werde ihn bestimmt zu meiner nächsten Clubnacht tragen. Ähm, genau. Für 4 Euro kann man da echt nicht meckern. Und, ähm, ich wünsche euch jetzt alles Gute und hoffe, dass wir uns nächste Woche zu meinem neuen Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik